Ich finde es ist mein Bruder, wer kann besser ein Auge zeichnen? Wir machen das beide mit Bleistiften, wir dürfen nur einen und zwar diesen Stift hier benutzen. Also eigentlich nur, weil das hier mein einziger Bleistift ist. Ich fange gleich mit der Iris an und mein Bruder kann halt gar nicht zeichnen. Also ich weiß es nicht. Der zeichnet gar nicht. Habe ich schon erzählt, dass er acht Jahre alt ist? Ich weiß nicht. Äh nee, der ist jetzt glaube ich neun geworden. Der wird zehn. Das Ding ist halt, er weiß noch gar nicht, dass er jetzt im Video mit mir drehen muss. Ich zwinge ihn einfach, das geht auch. Ich meine, ich bin der ältere Bruder, ich darf das. So, jetzt kommen hier noch die, wir haben ein paar hin, der glaube ich, die größten Probleme haben. Und by the way, wenn ihr Probleme habt mit Körperszeichen, ich habe gerade ein Körpertutorial auf YouTube gepostet. Also wenn ihr Hilfe braucht, schaut gerne bei meinem YouTube-Account vorbei, den ist in meinem Video. Jetzt mache ich hier noch mit meinem Lippenstift ein paar Highlights rein. Das ist immer ein festes Ergebnis, ich habe die Wimpern extrem verkackt, aber es ist die fertige Seite. Vor allem gerne, wenn ihr die Part 2 sehen wollt. Boah, ich brauche unbedingt diese matte Modellstifte.